. Ich bin jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Halbe Stunde, Stunde. Und dann war recht viel los. Und ganz andere Hauge. Fertigstellbar. . Die letzte Aufgabe war ein Dach. Hier war es der Teil von den Stichsel. Und ja, da ist alles ein und los. Und los. Und los. Erzähler. Daobsar. Seg燒. In Wine. Also diese Farbe mussten wir nachmischen und dann eine schöne Harmonie machen. Und das war schwierig, finde ich. Aber sonst ist es gut gegangen. Ja, mein Vater hat eine Firma und dann hat er mich alle mitgenommen. Und eigentlich an die Leidenschaft auch so gekriegt und an allem auch werden wie ich will. Soll ich die Leidenschaft und die Leidenschaft? Vielen Dank.